Hast du dich schon mal gefragt, ob du die beste Version von deinem Leben lebst? Weil du kannst auch in Gräbünden leben! Und die Wunder Version von dir? Hätte das als Arbeitswege, wuuu! Oder das. So oder so, du hättest sicher den geilsten Job der Welt. Und die gemütlichsten Freunden, wahrscheinlich alle Skileirer. Quatsp'n Klischee. Speaking of Klischees. Chance! Also, wieso lebst du eigentlich nicht dein bestes Leben? Oh!